Die Flutkatastrophe Ende letzter Woche ist eine Tragödie, die uns alle betroffen macht. Das Ausmaß der Katastrophe hat aber auch mit schlechter Politik zu tun. Darüber sollten wir reden und daraus sollten wir vor allem die richtigen Lehren ziehen. Und zwar dringend. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video sprechen wir über die Flutkatastrophe Ende letzter Woche. Und die wirtschaftspolitischen Lehren, die wir daraus ziehen können. Ganz kurz bevor es losgeht, wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann haut am besten jetzt ein Abo rein und aktiviert vor allem auch die Glocke. Dass solche Starkwetterereignisse, wie wir sie jetzt gesehen haben, kommen und dass sie immer häufiger und heftiger kommen wegen des Klimawandels, sollte uns eigentlich nicht mehr überraschen. Die Wissenschaft und die zugehörigen Institute reden sich seit Jahren den Mund darüber vorselig und haben auch schon Vorschläge gemacht, was wir tun müssen, um solche Katastrophen zu vermeiden. Wir wissen aber auch, was wir tun könnten, um die Symptome abzumeldern. Gleichzeitig waren Organisationen des Katastrophenschutzes, zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz, seit Jahren davor, dass in Sachen Katastrophenschutz vieles im Argen ist und großer Nachholbedarf besteht. Hier zum Beispiel fordert das Deutsche Rote Kreuz den Bund explizit auf, die Investitionen hochzuschrauben. Wir sind in der Tat in Deutschland für Katastrophen und Krisenfälle nicht optimal, nicht ausreichend vorbereitet. Auch auf Naturkatastrophen sind wir schlecht vorbereitet, mit Überschwemmungen zum Beispiel. Dabei sind wir als Deutsches Rotes Kreuz in Verhandlungen mit dem Bundesinnenministerium. Denn das alles muss nicht nur organisiert werden, sondern es muss natürlich auch finanziell unterlegt werden. Ich hoffe sehr, dass im Haushalt 2020 dann auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt werden. Die Forderungen der Klimainstitute, die Forderungen der Katastrophenschutzorganisationen und auch die Bilder, die wir gesehen haben, die schrecklichen Bilder, machen das politische Versagen deutlich. Sie geben dem massiven Investitionsstau und den Auswirkungen langjähriger, knausriger Finanzpolitik ein greifbares Bild. Und das Bild ist, wie wir alle wissen, ein schreckliches Bild. Und ja, man muss den Zusammenhang leider herstellen, weil wir wegen sowas wie der schwarzen Null und der Schuldenbremse unsere Staatsbilanz partout trocken halten wollen und Schulden vermeiden wollten, stehen uns heute unsere Keller und unsere Straßen unter Wasser. Das sollte jetzt spätestens deutlich geworden sein, ist die wahre Belastung für die Zukunft und nicht irgendein Buchhaltungsergebnis namens Staatsschulden. Und eins sollten wir jetzt bitter gelernt haben, wenn wir das Geld nicht für Vorsorge, Prävention und Katastrophenschutz ausgeben und unsere Infrastruktur nicht intakt halten, dann wird es nachher doppelt und dreifach teuer, nämlich dann, wenn die Katastrophen passieren und Infrastruktur sowie Menschenleben ruinieren. Wir müssen also heute anfangen, das Geld auszugeben und unsere Infrastruktur takt zu halten und auch unwetterfest zu machen. Ansonsten müssen wir das Geld dann ausgeben, wenn das Chaos passiert ist und das Elend durch die Straßen schwimmt. Zumal, und das als Randnotiz, das Elend natürlich auch hier wieder eine Klassenfrage ist. Diejenigen mit kleinem Geldbeutel haben keine oder deutlich schlechtere Versicherungen. Die stehen jetzt vor dem Bankrott, werden jetzt in die Schuldenfalle getrieben, die können sich viel schwerer nur eine neue Bleibe suchen, versuchen ihre Alte wahrscheinlich selber zu sanieren. Das kostet Zeit, das kostet Geld und in vielen Fällen, gerade bei so einer Überschwemmung, geht es halt auch mit langfristigen Schäden einher. Wenn das Haus nass ist, dann kommt irgendwann der Schimmel, das führt zu Erkrankungen und so weiter und so fort. Und da wird wieder deutlich, fehlende oder schlechte öffentliche Daseinsvorsorge geht vor allem zulasten derjenigen, die eben einen kleinen Geldbeutel haben. Nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. Dazu hängt die Katastrophe auch sehr eng mit einer desaströsen Kommunalpolitik und einem desaströsen finanziellen Zustand vieler Kommunen zusammen. Viele sind über die Halskrause verschuldet, finanziell überfordert und müssen deswegen an Personal und Infrastruktur sparen. Was das dann bedeutet und welche Auswirkungen das hat, wird in dieser sehr sehenswerten NDR-Doku zum Thema »Die unterschätzte Gefahr durch Starkregen« an vielen Stellen sehr gut deutlich. Für den Bürgermeister der verschuldeten Stadt bedeutet das, um das Entwässerungssystem zu verbessern, muss sein Kämmerer an anderer Stelle sparen. Weil die Kassen so klamm sind, können die Stadtwerke für solche Arbeiten pro Jahr nur 400.000 Euro ausgeben. Dafür lassen sich aber nicht so viele der größeren neuen Rohre verlegen. Die Vorbeugung gegen drohende Starkregenfluten wird zum Wettlauf gegen die Zeit. Die Fachfrau der Stadtwerke muss sich anpassen. Ich hätte normalerweise gerne vielleicht eine komplette Straße neu gebaut, also einen neuen Regenwasserkanal dort eingebaut. Aber ich habe dafür nicht in diesem Jahr dann die Mittel. Das heißt also, ich muss dann die Baumaßnahmen teilen. Ich muss zwei Ausschreibungen machen und ich muss dann sehen, dass ich diese Abschnitte so einplane, dass das dann mit dem Budget ausreicht. Wieso viele Kommunen finanziell so unter Druck stehen, was die Schuldenbremse und die Bundespolitik damit zu tun haben und welche Reformmöglichkeiten es eigentlich gibt, um diese katastrophale Situation zu beheben, habe ich in diesem Video ausführlich besprochen. Insgesamt müssen wir die Wirtschafts- und Finanzpolitik aber wieder vom Fuß auf den Kopf stellen und grundsätzlich erneuern. Finanzierungsfrage beiseite. Wir brauchen ein milliardenschweres Investitionsprogramm in unsere Infrastruktur und müssen uns endlich wieder den wirklichen Problemen kümmern. Nicht die, die die Staatsbilanz betreffen, sondern die, die die reale Wirtschaft und die Gesellschaft betreffen. Für das Ziel einer unwetterfesten Infrastruktur bedeutet das, wir brauchen jetzt schnellstmöglich Risikoabschätzungen, welche Gebiete besonders von klimabedingten Unwetterkatastrophen, von Starkregen über Erdbeben bis hin zu Trockenheit und Waldbränden betroffen sind. Und dann brauchen wir Pläne, die häufig schon auf dem Tisch liegen tatsächlich, wie man der Sache Herr werden kann. Für Starkregenereignisse, wie wir es jetzt zum Beispiel letztes Wochenende gesehen haben, bedeutet das zum Beispiel, wir müssen in die Ausweitung des Kanalisationssystems, in intelligente Abflusssysteme, intelligente Straßenführung, in Grünflächen, in Regenrückhaltebecken, in Sickeranlagen, aber natürlich auch in Frühwarn- und Alarmsysteme investieren. Das Bittere daran ist, die Pläne, wie gesagt, liegen meistens schon auf dem Tisch. Woran es fehlt, ist politischer Wille, Geld, Wille, das Geld auszugeben und auch Personal. Deswegen sollte es bundesweit jetzt zur Priorität gemacht werden, dass wir unsere Infrastruktur auf solche Katastrophen vorbereiten, dass wir eine intakte, moderne und auch unwetterfeste Infrastruktur haben. Ansonsten braucht man sich nicht vor die Mikros stellen und groß Mitleid ausdrücken, wenn man keine Lehren daraus sieht, denn sonst kommt das nächste Event so oder so und auch dann werden wir wieder unvorbereitet sein. Es braucht jetzt einen Modernisierungsschub. Dafür braucht es natürlich neben dem Geld und auch beschleunigten Planungs- und Freigabeprozessen auch die richtigen Leute. Wir brauchen genug Handwerker, Ingenieure, Architekten und so weiter und so fort. Wenn es da einen Mangel gibt, dann ist es politische Aufgabe, diese Berufe attraktiver zu machen. Die Baufirmen zum Beispiel müssen jetzt über Jahrzehnte fette Gewinne wittern, weil der Staat ein Modernisierungsjahrzehnt einläutet. In der Infrastruktur wird in Zukunft viel Geld zu verdienen sein. Wenn das die Message ist, wenn man das auch mit Investitionsplänen hinterlegt, dann passt sich das Angebot nach und nach an. Dann steigen da die Löhne, dann werden Leute umschulen und ja, man muss auch vielleicht mit Bildungspolitik und anderen Anreizen nachhelfen, damit wir wieder mehr Handwerker, mehr Ingenieure und so weiter und so fort haben. Leute in technischen Berufen, die wir zur Umsetzung dieser Pläne eben dringend brauchen. Wirtschaftspolitisch ist dabei essentiell, dass wir die Modernisierung schnellstmöglich hinbekommen, aber ohne Inflation zu vermeiden. Dafür muss der Staat vorangehen, ja, er muss die Wirtschaft lenken. Der Privatsektor zieht dann nach, schafft dann das Angebot, schafft Ausbildungsstellen, schafft Personal und so weiter und so fort. Der Staat muss das Ganze lenken. Es gibt eine Mission und die Mission muss heißen, ein enkeltaugliches Deutschland. Dafür müssen wir im übertragenen Sinne gegen den Klimawandel und seine Auswirkungen auf uns in den Kriegsmodus schalten. Kriegsmodus bedeutet hier alles tun, was möglich und notwendig ist, um die Ursachen zu bekämpfen, aber auch die Symptome des Klimawandels und die Bedeutung für uns möglichst zu minimieren. Was wir aus Finanzpolitik, aus Kriegszeiten für den Green New Deal oder für so ein milliardenschweres Investitionsprogramm in unsere Infrastruktur lernen können, habe ich in diesem Video schon einmal besprochen. Um zum Schluss zu kommen, das Unwetter und seine tragischen Konsequenzen sollten uns nochmal deutlich gemacht haben, wir spielen gegen die Zeit. Und wenn wir es nicht schaffen, uns von alten finanzpolitischen Zöpfen wie der Schuldenbremse oder der schwarzen Null zu trennen, dann werden wir das Spiel verlieren und auch unsere Zukunft wahrscheinlich verspielen. Tag, schon mal! Tag, schon mal! Tag, schon mal! Bis zum nächsten Mal.